Hallo zusammen, ich habe heute drei Übungen für das Workout of the Week rausgesucht, die so ein bisschen die Rumpfmuskulatur, insbesondere die Bauchmuskulatur nochmal fokussieren sollen. Dazu gehen wir bitte einmal in die Rückenlage, auf die Matte runter, legen uns auf den Rücken, die Hände einmal neben dem Körper ablegen, die Schulterblätter tief und dann fangt ihr mal an euer Becken zu kippen, vor und zurück und dann haltet ihr den Rücken an der Matte, die Schultern bleiben tief und die Arme entspannt neben dem Körper. Ihr geht im Wechsel für die erste Übung mit den Füßen nach oben hoch, haltet das Becken dabei ganz ruhig auf der Matte und haltet die Bauchspannung. Das Ganze machen wir ab jetzt 45 Sekunden lang. Das Ganze machen wir ab jetzt. und dann langsam wieder lösen, entspannen, locker. Für die zweite Übung, die wir auch wieder 45 Sekunden lang machen, nehmen wir einmal das rechte Bein nach oben, die Hand auf der gleichen Seite geht nach hinten, das andere Bein wird ausgesteckt und die Hand neben den Körper gerichtet. So, von dort geht es im Wechsel immer in die Bewegung rein und wieder raus. Auch hier wollen wir wieder 45 Sekunden lang die Bewegung durchführen. Das Ganze starten wir ab jetzt. Halte die Spannung in der Körpermitte, der Bauchnabe wird nach innen und oben eingezogen. Und langsam wieder absetzen, entspannen. So, die dritte Übung geht nochmal aus der Seitposition. Das heißt, wir gehen einmal in den Seitstütz. Erstmal für die einfache Variante ziehen wir unsere Beine nach hinten ran, sodass unsere Knie aufliegen. Der Ellbogen ist unterhalb der Schulter, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir sind aufrecht. Dann stützen wir uns gleich nach oben hoch und halten die Position. Das Ganze machen wir jetzt ca. 45 Sekunden lang. Wenn ihr mögt, könnt ihr einen Arm dabei nach oben heben. Immer schön konstant weiter atmen. Und ganz wichtig, haltet eure Bauchmuskeln schön fest. Also den Bauchnabel wieder nach innen einziehen. Passt auf, dass euer Becken nicht wegbricht, nach vorne oder hinten. Das Ganze machen wir nochmal vor der anderen Seite. Gut. Schultern wieder unter die, beziehungsweise die Ellbogen unter die Schulter. Und dann wieder das Becken anheben. Bauch fest. Und den Arm, wenn ihr mögt, nach oben hoch strecken. Haltet die Spannung. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und die letzten Sekunden schaffen wir noch. Und wieder entspannen locker. Gut. So, das wären die ersten drei Übungen. Das Ganze könnt ihr jetzt nochmal ca. drei Durchgänge lang durchführen. Immer nacheinander die Übungen. Ca. 30 bis 45 Sekunden. Und dann habt ihr schon wieder euch 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall gut körperlich betätigt heute. Viel Spaß damit. Hey, und wenn euch die Videos gefallen haben, dann abonniert unseren Kanal. Hier. Hier. Und da findet ihr weitere Videos von uns. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.